Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Ramses Review Straight oder schlaffend zu, wie ihr seht, aber die Mütze darf nicht fehlen Denn es ist Samstag, irgendwas, heute ist auch Loturzel, Feldforschungstag bei Pokemon Das heißt, ich muss gleich raus um 11, wenn es losgeht Aber wir waren mal gestern wieder im Kino und wir haben den Film Wir geguckt Das klingt total komisch, ist aber so, der Film hieß Wir Wenn ihr den nicht kennt, googelt mal, guckt mal nach, schaut mal im Kino vorbei Und ich muss sagen, ich war natürlich richtig gehypt auf den Film Denn wer Get Out gesehen hat, das war schon ein Film, der mich fasziniert hat, mitgenommen hat Und der so ein überraschendes, brutales Ende auch hatte, das mich total geschockt hat Und das war von dem gleichen Produzenten auch, der Film Wir Und als ich den Trailer damals gesehen habe, habe ich gedacht Oh mein Gott, was ist das? Das ist ja krass Den musst du dir angucken natürlich, denn das war wirklich ungelogen Einer der besten Trailer, die ich je gesehen habe Da war so gut gemacht, so gut geschnitten Die Musikuntermalung, der Soundtrack, das war 1a, das war allererste Sahne Oder wie auch immer man dann sagt, keine Ahnung Und dann bin ich halt so rangegangen mit dem Denken Du erwartest da einen richtig krassen Schocker, einen richtig krassen Horrorfilm Das muss ja, du scheißt dir komplett eigenwahrscheinlich, wenn du im Kino sitzt Der wird so krass sein Und dann habe ich die ersten paar Minuten geguckt von dem Film Und habe mir so gedacht, was ist das für ein Schrott? Was ist das für ein Schwachsinn? Was soll das sein? Ich meine, okay, am Anfang, ganz interessant Hier wurde die Familie vorgestellt, alles hin und her Ein bisschen so das Zusammenspiel Dann hat es auch nicht lange gedauert, bis die geklonte Familie sozusagen Diese Zwillinge aufgetaucht sind vorm Haus, wie man es auch im Trailer gesehen hat Da steht eine Familie in unserer Einfahrt Und da hätte ich mir schon in die Hose geschissen Einfach nur mitten in der Nacht Und die stehen einfach da, bewegen sich kein Millimeter, nichts Und dann ist die Szene so ziemlich, naja, sagen wir mal nach einer halben Stunde oder so Fängt es dann halt so an und die Familie steht in der Einfahrt Und du denkst, krass, was passiert jetzt? Denn der Trailer, der hat ja nicht so viel gezeigt und so viel verraten Außer, dass es da wirklich ums Überleben geht Und richtig brutal zur Sache Und dann stehen die also da Und dann passiert erstmal nichts Und dann geht er da hin Und dann wollen die ins Haus kommen Und du denkst, boah, die Spannung erreicht ihren Höhepunkt Was passiert jetzt? Und dann sitzen die mit denen gemütlich auf dem Sofa sozusagen Und die Anführerin, also die Mutter von der Klonfamilie fängt an zu reden Und in dem Moment hätte ich das Kotzen kriegen können Wie die geredet hat, wie die gesprochen hat Wie das, äh, das war nicht gruselig Das war, das klang einfach so dämlich und so behindert Alle, die im Kino gesessen haben, hatten keine Angst Haben sich nicht eingeschissen Die haben alle gelacht Die haben gelacht Und Leute hinter mir haben schon gesagt Oh, was ist das für ein dämlicher Film Und wäre mal lieber in Dumbo gegangen oder so Ich hab's gesagt Noch ist nicht zu spät Komm, wir gehen noch in Dumbo Und ich konnte das in dem Moment auch nicht ernst nehmen Und hab gedacht, toll Das sollte so ein richtig krasser Horrorschocker sein Du hast dich so gefreut Und dann sitzt die da und Und stammelt was vor sich hin Und du denkst nur Hm, was ist das? Was machen die? Selbst der Sohn Ich meine, okay, der hat noch eine Maske aufgehabt Der hat noch irgendwie am gespenstischsten gewirkt Aber der Vater von der Familie Von den Geklonten Der war ja ein richtiger Man will ja nichts Falsches sagen Aber wenn der dann mal ein Geräusch gemacht hat Der konnte ja noch nicht mal reden Das klang auch einfach so dämlich Dass man sich wirklich gedacht hat Oh mein Gott, was ist das? Wo bin ich hier reingeraten? Was soll das sein? Was soll das darstellen? Wurde also am Anfang des Films Schon mega krass enttäuscht Hab gedacht, okay Du ziehst das jetzt durch Was willst du machen? Kannst ja auch nicht einfach gehen Die anderen haben schon alle wirklich den Film zerrissen Und schlecht geredet Und gedacht Oh mein Gott Aber Je länger der Film lief Und man einfach diese Vorstellung Von einem Horrorfilm abgelegt hat Und den Film einfach mal als Film Auf sich wirken lassen wollte Hat der Film trotzdem bei mir Sympathiepunkte gesammelt Ich dachte nämlich erst Okay, das geht also um diese eine Familie Und die haben plötzlich Doppelgänger Und die wollen denen das Leben abspenstig machen Aber irgendwie hat sich das ja ausgebreitet In der Stadt Und jeder hat irgendwie einen Doppelgänger gehabt Und die wollten die dann bekämpfen Und die wollten dann zu den Nachbarn flüchten Die Nachbarn wurden aber selbst schon Von Doppelgängern heimgesucht Und ermordet Was wiederum sehr krass war Weil bei der eigentlichen Familie Um die es geht Da wird ewig rumgeredet Und rumgelabert Und rumgemacht Und da wird nichts getan Sozusagen Und bei den Nachbarn Dann kommen die einfach da Aus allen Richtungen Gehen hin Zack Schere in den Hals Abgestochen Fertig Einfach so richtig blutig Und brutal Wo man sich dachte Boah Das ist ja jetzt wieder Ein krasser Splatter Nachdem es schon kein Horrorfilm ist Ist es jetzt plötzlich Ein Splatterfilm oder wie Und dann kommen die dahin Kämpfen gegen die Nachbarn Gegen die bösen Nachbarn Und dann hat der Film plötzlich Richtig Richtige Comedy Elemente Einlagen Auch Wird diese blöde Sprachbox Wo man immer die Musik einstellt Und dann ruft die Polizei an Und die Box einfach nur Okay Ich spiele Fuck the Police Und dann kommt da voll der Hip-Hop Soundtrack Und alle gucken dämlich Oh mein Gott Das war so ein richtiger Wie eine richtig trashige Komödie Ein trashiger Horrorfilm irgendwie Und der hat immer mehr Momente gehabt Die so durchgekommen sind Dass man den Film auch gar nicht Wirklich ernst nehmen konnte Also wer wirklich da rein ist Und hat einen krassen Harten, brutalen Horrorfilm erwartet Der wurde wie ich erstmal Total verdutzt Dass man überhaupt nicht mehr wusste Was soll das sein Wenn man den Film aber ohne Erwartungen gesehen hat Und einfach nur gucken wollte Was ist das Ist man erstmal schockiert Und sagt Hä Was für ein Schwachsinn Und plötzlich findet man Und plötzlich findet man irgendwelche Punkte in dem Film Die einem trotzdem zusagen Die einem gefallen könnten Denn es hat auf einmal auch gewirkt Als wäre es einfach nur ein Zombie-Film Da alle sind tot in der Stadt Die, die noch lebendig sind Sind alle irgendwie Klone Und laufen durch die Gegend Und Machen komische Geräusche Und die gehen hin Und ich schlage der den Schädel ein Und ich steche die ab Und die schmeiße ich da runter Und da fahre ich nochmal drüber Dann war es schon Eigentlich nicht mehr gruselig Dann war es wirklich auch wie so ein Zombie-Splatter-Film Wo sich nur durchgemetzelt wird Zu irgendeinem Ziel Irgendwohin Irgendwas machen Klar wurde die Geschichte dann noch weiter aufgesponnen Und beleuchtet Und viele Situationen sind in dem Film aufgekommen Wo ihr dachtet Hm, verstehe ich nicht Wieso ist das jetzt so Wieso hat die das nicht gemacht Oder warum macht die das Das Ende aber War natürlich richtig genial Das muss ich sagen Der Film war die ganze Zeit Erst hat er mich gelangweilt Und enttäuscht Dann hat er mich amüsiert Und Überzeugt Ein bisschen Sag ich mal Aber das Ende Das hat mich dann so gepackt Und ich will das Ende jetzt nicht Spoilern Deswegen Guckt euch den Film Trotzdem mal an Das ist wirklich ein Film der anderen Art Ein seltsamer Film Den kann ich gar nicht In den Genres zuordnen Oder irgendwas Auf jeden Fall Dachte man Okay der Film ist aus Ist ja trotzdem eigentlich Jetzt irgendwie cool gewesen Und War trotzdem irgendwie Jetzt auch interessant Anzusehen Aber dann kommt das Eigentliche Ende vom Ende Nachdem schon alles vorbei ist Und das krempelt den Kompletten Film Einfach nochmal um Und ihr denkt Scheiße Den Film Den muss ich mir jetzt Nochmal angucken Denn mit dem Wissen Was ich jetzt habe Betrachte ich den Film Beim zweiten Mal schauen Natürlich aus einer Ganz anderen Sichtweise Ich achte dann genau Auf die Details Die da aufkommen Jetzt wo ich weiß Was Sache ist Was Phase ist Und Das ist eine richtig Geniale Sache Denn bei manchen Actionfilmen Oder Horrorfilmen Die guckt man Dann sehen die aus Und dann ist das so wie es ist Was da aber nicht so war Der Film spielt die ganze Zeit Mit seinem Genre Und lässt dich da sitzen Und denken Ja aber was bin ich denn Na wer bin ich Und dann am Ende Kommt er Und Bäm Jagt dir so eine Gänsehaut Über den Rücken Dass du da sitzt Und denkst Was Das muss ich mir jetzt Nochmal angucken Oh mein Gott Hätte ich gleich danach In die 23 Uhr Vorstellung Nochmal gehen müssen Oder einfach sitzen bleiben Noch nie geguckt Was passiert Wenn man im Kino sitzt Danach kommt der Film Nochmal Und ihr bleibt einfach sitzen Nach eurem Sitz Ob dann jemand kommt Und trägt euch raus Oder Keine Ahnung Auf jeden Fall Das Ende Das hat mich wirklich fasziniert Das hat mich wirklich gepackt Und da habe ich plötzlich Wirklich Boah Das hat so gekribbelt Ich habe so einen Überraschungseffekt gehabt Wo ich sagen muss Der Film hat mich Trotzdem überrascht Der hat mich gefesselt Der hat mich Total aufgewühlt Am Ende hin noch Und Das ist krass Wenn ein Film So was natürlich Erreicht Macht Tut Wenn ein Film so was tut Ja sagt man das Gut Nein Aber Gut Ich würde trotzdem sagen Der Film ist jetzt nicht wirklich Für die breite Masse Nicht für jeden Die meisten Gingen trotzdem raus Und naja Ich habe schon besseres gesehen Oder naja Der Film war jetzt nicht so gut Oder keine Ahnung Oder hin und her Bla 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 Aber der Film War trotzdem Auf seine eigene Art Was ganz spezielles Und wer auf spezielle Filme steht Der kann da ruhig mal reingehen Und kann sich den mal angucken Wir haben wir geguckt Werdet ihr auch wir gucken Oder guckt keiner wir Das ist die Frage Der Frage Die sich jetzt Bei mir Mit mir beschäftigt Und ich sehe schon Zehn Minuten Und gleich ist eine Helfung Gleich muss ich los Und Friedhof der Kuscheltiere Kommt auch immer näher Da bin ich ja auch schon Richtig gespannt Aber da erwarte ich wirklich Einen Horrorfilm Nicht irgendwas mit Ja wir Machen irgendeinen Schwachsinn Und die Leute lachen dann Und hey Da sitzt noch eine Katze Nein Das muss ein Horrorfilm sein Das sage ich euch Trotzdem würde ich sagen Wir Jetzt nicht unbedingt So der normalste Film Der Welt Trotzdem interessant Also gebt den euch mal Wenn ihr Bock habt Ihr müsst ja nicht unbedingt Ins Kino gehen Vielleicht kann man den auch Irgendwo mal Streamen Netflix irgendwann Oder ihr kauft euch die DVD Wenn ihr euch mit 20 Mann Da reinteilt Und jeder nur 1 Euro bezahlt Dann geht das natürlich auch Ansonsten War ich wirklich Überrascht Hab das so nicht erwartet Und das hat man selten Weil meistens weiß man ja Was man kriegt Meistens weiß man ja Wo man hingeht Und was einen dort erwartet Da eben nicht Und das war das große Äh Ja Das große Ganze Keine Ahnung Das war es aber jetzt Von meiner Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Denn das nächste Kino Ist gar nicht so weit weg Sag ich mal Der nächste Film Bin gespannt Es kommen noch viele tolle Sachen Happy Death Day to you Wollte ich auch noch gucken Oder den Lego Film 2 Aber den hab ich glaube ich verpasst Der kommt schon gar nicht mehr Und Ja Das war es von meiner Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder Bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses Bis dann Bis dann Bis zum nächsten Mal.